Mir hat das so gut gefallen, dass ich dann auch zwei Jahre später mich noch einmal selbst als Tutor für die Studienanfänger engagiert habe. Mein ganz persönliches Highlight war, als Professor Linz es uns angeboten hat, dass wir für zwei Monate nach Syrien gehen können. Im Prinzip war das halt einfach ein kompletter Tag, der von früh bis spät aus Party und Biertrinken bestanden hat. Was machst du zur Zeit beruflich? Hallöchen, mein Name ist Felix, ich komme aus Düsseldorf und habe von 2003 bis 2008 Mechatronik in Ilmenau studiert. Was machst du zur Zeit beruflich? Ich arbeite im Moment bei der Firma Hexagon Metrology in Wetzlar und bin dort Bereichsleiter für Forschung und Entwicklung. In Wetzlar entwickeln wir Koordinatenmessgeräte, die dann hauptsächlich in der Automobil- und in der Luftfahrtindustrie zur Qualitätssicherung von Bauteilen eingesetzt werden. Warum hattest du dich für Ilmenau entschieden? Das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Als ich mich 2003 fürs Studium interessiert habe, gab es nur fünf Unis in Deutschland, die Mechatronik als Diplomstudiengang angeboten haben. Ich hatte mir dann Dresden und Ilmenau angeschaut und an Ilmenau hatte mir insbesondere gefallen, dass es eine kleine Universität ist und ich beim Tag der offenen Tür im Prinzip diesen Seminargruppengedanken mitnehmen konnte und ich mich dadurch eigentlich sehr gut aufgehoben gefühlt habe. Was war dein Lieblingsmodul? Ich hatte zwei Lieblingsmodule. Das eine war im Prinzip Feinwerktechnik, wo wir verschiedenste Konstruktionsprinzipien für feinmechanische Baugruppen kennengelernt haben. Ja, und das zweite Lieblingsmodul war die Nano- und Lasermesstechnik gewesen, wo wir viel über Präzisionslängenmessungen mit Interferometern kennengelernt haben. Was hat dir allgemein an dem Studiengang gefallen? An dem Studiengang hat mir im Prinzip die gute Mischung aus den verschiedensten Themengebieten gefallen. Also es war ein sehr interdisziplinäres Studium mit Anteilen aus dem Maschinenbau, aus der Elektrotechnik und auch aus der Informatik. Und im Prinzip so die Mischung, wo man von relativ vielen Themengebieten was gehört hat, hat mir super gefallen. Wie war das Betreuungsverhältnis zu den Lehrenden? Ich fand das Betreuungsverhältnis super. Wir haben also in einer kleinen Seminargruppe mit knapp 20 Mann vom ersten Tag an eigentlich zusammen alle Seminare und Übungen absolviert. Wir hatten eigentlich ab Tag 1 auch relativ kleine Vorlesungen. Ich kann mich erinnern, die größte Vorlesung war so mit 300, 400 Mann, die Vorlesung Mathe 1. Aber ansonsten hatten wir in der Regel mit 50 bis 60 Mann Vorlesungen und später im Hauptstudium auch in deutlich kleineren Gruppen. Und dadurch war eigentlich immer ein gutes Verhältnis auch zu den Professoren möglich. Die Professoren hatten alle eigentlich auch immer ein offenes Ohr nach der Vorlesung, sodass man dann Fragen stellen konnte oder auch einfach Themen diskutieren konnte mit denen. Welche Praxiserfahrungen konntest du zu Studienzeiten sammeln? Im Studiengang Mechatronik oder auch in anderen Studiengängen der Fakultät Maschinenbau ist es so, dass man ein halbes Jahr Praktikumssemester machen muss. Das ist fest in der Studienordnung verankert. Das Praktikumssemester habe ich bei der Firma Klaas in Hasewinkel gemacht. Klaas stellt Mähdrescher und Feldhäcksler her und in meinem Praktikum habe ich mich im Prinzip mit Konzepten zur Erhöhung der Wendigkeit von solchen Mähdreschern beschäftigt. Im Studium selbst habe ich zu einigen Seminaren und Vorlesungen dann Praktika gemeinsam mit den Kommilitonen absolviert. Mein ganz persönliches Highlight war, als Professor Linz es uns angeboten hat, dass wir für zwei Monate nach Syrien gehen können. Die Gelegenheit habe ich dann mit zwei Kommilitonen genutzt und wir sind zu dritt dann für acht Wochen nach Syrien gegangen und haben dort im Prinzip zwei Universitäten in Homs und Latakia kennengelernt. Welcher Club war der beste auf dem Campus? Mir hat damals der H-Club am besten gefallen. Das war eigentlich eine ganz feste Adresse am Donnerstagabend. Was hast du gerne in deiner Freizeit unternommen? Meine Lieblingsbeschäftigung war definitiv das Eishockey. Ich habe hier im Unisportverein Eishockey gespielt. Das war ganz am Anfang noch hinten an der Festhalle im Zelt. Und natürlich habe ich mich riesig gefreut, als dann so rund um 2010 hier die Eishalle gebaut und dann auch eingeweiht wurde. Und im Sommer? Ich bin im Sommer sehr, sehr gerne Mountainbike gefahren. Das ist natürlich hier auch eine perfekte Gegend mit den vielen Bergen und dem schönen Wetter. Das war auch immer ein guter Ausgleich zum Studium. Wie gut hattest du dich auf den Berufseinstieg vorbereitet gefühlt? Der Berufseinstieg ist mir relativ leicht gefallen. Ich hatte über Professor Manske und Professor Teska Kontakte zu mehreren Unternehmen genannt bekommen. Und über diese Kontaktpersonen habe ich mich dann dort beworben und mich letztlich für die Firma Hexagon dann entschieden. Welche beruflichen Stationen hast du hinter dir? Ich habe bei der Firma Hexagon in der Anwendungsentwicklung angefangen. Ich habe mich dort mit der Messung von Sondergeometrien beschäftigt und da insbesondere mit dem Fokus der Anwendung von optischen Sensoren für die Messung von solchen Bauteilen. Ich habe das knapp fünf Jahre gemacht und bin dann 2018 zum Konstruktionsleiter befördert worden. Als Konstruktionsleiter war ich verantwortlich für die Konstruktion der Koordinatenmessgeräte und auch der taktilen Sensoren. Im Oktober 2020 hatte ich dann die Gelegenheit ergriffen, die Bereichsleitung für Forschung und Entwicklung zu übernehmen. Wie stellst du dir deine berufliche Zukunft vor? Das ist eine gute Frage. Also ich habe im Prinzip mir nicht einen festen Karriereweg irgendwie in den Kopf gesetzt. Im Prinzip bin ich im Moment sehr zufrieden bei der Firma Hexagon und habe in der Vergangenheit immer die sich bietenden Chancen genutzt. Ich versuche meine Arbeit so gut wie möglich zu machen und hoffe halt, dass ich jetzt in der Zukunft gemeinsam mit den Kollegen im Team dann eigene Richtungen oder eigene Impulse setzen kann und wir dann dort im Prinzip auch neue Entwicklungen gemeinsam erfolgreich am Markt platzieren können. Was hatte dir geholfen, dich einzuleben? Das war im Prinzip am Anfang die Zeit, wo ich im Doppelzimmer gelebt habe. Ich habe dort mit einem Kommilitonen hier aus Thüringen zusammengelebt, der mich sehr schnell in seinen gesamten Freundeskreis eingeführt hat und mit dem ich dann auch zusammen sehr viele Partys und sonstige Aktivitäten neben der Uni-Zeit gemeinsam gemacht habe. Wir hatten beide ein gemeinsames Hobby, sind beide gerne zusammen hier Fahrrad gefahren und das war im Prinzip ein super Einstieg hier in Ilmenau. Was habt ihr in der Einführungswoche alles gemacht? Die eigene erste Woche habe ich auch super wahrgenommen. Wir hatten dort eine Mentorin, die uns sehr viel gezeigt hat rund um die Uni. Wir sind auch abends dann jeden Abend gemeinsam zu den veranstalteten Partys gelaufen. Mir hat das super geholfen, im Prinzip schnell auch Kontakte zu anderen Studenten außerhalb der eigenen Seminargruppe, aber natürlich auch in der eigenen Seminargruppe zu knüpfen. Mir hat das so gut gefallen, dass ich dann auch zwei Jahre später mich noch einmal selbst als Tutor für die Studienanfänger engagiert habe und dort auch erst dies geholfen habe, die ersten Schritte hier in Ilmenau zu gehen. Was ist deine schönste Erinnerung aus deiner Studienzeit? Die schönste Erinnerung habe ich eigentlich an das Bergfest und da insbesondere an den Bierathlon, wo wir gemeinsam mit Kommilitonen und einer Kiste Bier auf den Kicklhahn gewandert sind. Das Schöne daran ist gewesen, dass sehr viele Kommilitonen aus allen Altersklassen und auch ehemalige Studenten dort mitgelaufen sind. Ich habe es zum Glück immer nur bei schönem Wetter erlebt und im Prinzip war das halt einfach ein kompletter Tag, der von früh bis spät aus Party und Biertrinken bestanden hat. Und wie sieht es mit Vorlesungen aus? Ich erinnere mich eigentlich an zwei Vorlesungen, einmal Chemie bei Professor Schaaf. Ja, das war wirklich so. Der hat uns, keine Ahnung, eine Stunde zugetextet über sein Leben. Und dann, ach scheiße jetzt, ich wollte heute noch 30 Folien machen. Guckt auf seine Uhr und dann fängt er auf einmal an. Bapp, 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 hat er da die Folien runtergerattert, hat man nichts verstanden. Und davor hat er uns eine Stunde erzählt über seine Aktivitäten mit Fraunhofer und irgendwelchen autonomen U-Boot-Flotten. Ja, ich finde, das Wichtigste ist, dass man im Prinzip versucht, sich vom ersten Tag an zu verinnerlichen, dass man für sich selber lernt und nicht für den Professor, der am Ende eine Prüfung von einem abverlangt. Ich finde ganz wichtig, dass man versucht, hinter den Vorlesungen den Sinn für den späteren Berufsweg zu sehen. Und ich finde ganz wichtig, dass man halt in Ilmenau sich auch wohlfühlt bzw. sich halt versucht zu engagieren. Denn ich denke, dann kann man hier wirklich eine schöne und vor allen Dingen kurzweilige Zeit verbringen. Ich findeCSreg для Erwerber 2.0 bis X 3.2 bis X 4 bis 3.1 bis X 3.2 bis X 3.3 bis Yungofer und Mittell zuerstellen. Bis X 4 bis X 4.9 bis X 4.4 bis X 4.1 bis X 3.1 bis X 3.2 bis 5.00 die Z positions des Blinhas. In der nutshells, ich denke, dann kann man hierلب Luftung abdomm Inda und Scheme auf dust die Wmmussteiger hat das. Vielen Dank.